Und oben, direkt in meinen Helmen Ich gehe direkt hoch, ich gehe direkt hoch So kommen sie Konnten nicht canceln Da ist silence Doch, doch, danach durch, danach durch, danach durch, vier ab, vier ab, vier ab, vier ab, vier ist es drin Wird zu euch gekickt Ihr stackt, ihr stackt, ihr stackt Eltron, 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 Eltron Ich glaube, hier Kenny ist ultra low, Kenny ist down Eltron, 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 Eltron Da bleibt Springe Kappen Ich wechsle gleich auf Mana, wenn ich nicht mehr in Fight bin und wechsle dann wieder auf Clans Ich bin auch ein echten Mana Helm Da liegt aber auch ein bisschen deine Masterways grad, glaub ich Wir kommen nach unten Wir sind gar nicht so schlecht Okay Wir kommen nach unten Wir kommen nach unten Noch? Ich wechsle noch auf Mana und nicht fighten, bitte Nein Nice Wie gesagt, ich hab noch Cooldowns Wie gesagt, ich hab noch Cooldowns Wie gesagt, ich hab noch Cooldowns Stell euch in den Dicken rein, dass die, wenn die, dass die die pullen Ich hab jetzt kein Clans Ich hab jetzt kein Clans Claren flieht Yo, ich pushe links lang Ich krieg gleich nochmal einen Fling, wenn ihr mir follow up könnt Wir kommen links lang, ganz links Marco Oder kriegts da oben was Ich hab einen Links, 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 links Ich hab zwei Tschöhn Kann nicht looten, das Ding Raped euch Kriegt Flingen Er ist verreckt vom Flingen Nice boys, nice An den anderen Loot kommt man leider nicht ran, die sind zu nahmen Zelt verreckt Magst du jetzt wieder auf Clans? Nein, wir müssen komplett drängen, auch auf dem Hacker und wo? Nein, wir müssen komplett drängen, auch auf dem Hacker und wo? Die gehen top Ne, bot, bot, gehen sie jetzt Wir stellen uns wieder nach vorne, in die Golems rein Ok, die wollen ganz unten Ok, die wollen ganz unten Wenn die das decken springe ich Ich dive ein bisschen Kenny, 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 Kenny Kenny, Kenny, Kenny Kenny, Kenny, Kenny Warte auf Clarence so lange Wieder auf Kenny, 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 Kenny Die sind super gestackt, sind super gestackt Au, hier ist drin Hab gleich wieder Silence ab Clarence, Clarence Healer, Healer, Healer Wir machen den Heiler, den Heiler Jetzt das Clarence, Clarence Clarence, Clarence Clarence Ich lauf weiter, ich lauf weiter mit denen Ich hab gleich Sprint und Root Clarence, Clarence, Clarence Clarence geht unten links Clarence geht unten links Einer zurück, einer zurück Das Clarence geht außen lang Ich hab Windwall, Windwall, Windwall Ganz im Westen, ganz im Westen Nice Beiner, bleib mal hier Die gehen top jetzt, die gehen top jetzt Ich hol den Healer, ich hol den Healer Ich hol den Healer Ich versuchte Ich konnte nicht rein kicken, wenn die das anhielt Ja Ich stack, ich stack, ich stack, ich stack Ich stack, ich stack, ich stack Kicken Er ist gesund, er ist gesund Clarence ist unten Das Clarence ist Clarence Clarence ist down Clarence ist down Wir pushen hier oben rein Sprungen in 3 Oh, ich wurde gecancelt Fuck Kannst du den Eldron da aufhalten, dann konnte ich nochmal dran Windwall dauert noch ne Weile Sprung in 3 Die sind bei mir, komm 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 Was? Fuck my life, was war das für ne scheiß Sprung My bad Sorry Jungs Ich werde das kriegen müssen Go go, dann machen wir's flawless Ja, ist eh flawless Null Egal, wir haben halt eh 10 Tonnen Backup hier Ich glaub nicht, dass die irgendwie diven oder so ein bisschen Die haben, drei Wörter Easy as fuck man Der ist ja Millenium stärker Und zurück Ich glaube nicht, dass die probleme ist Ich glaube nicht, dass die